Oh, das glaube ich jetzt nicht. Murphy hat wieder zugeschlagen. Okay Leute, wir sehen uns in 30 Minuten wieder. So, das Update ist durch und erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr habt es ja im Titel gesehen, Rathaus 9, Queen freischalten. Ja, das wollen wir eigentlich machen. Ich habe am 4.1., ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert in meiner Playlist, habe ich gesehen, dass ich dort Road to Rathaus 9 angestoßen hatte. Ich habe euch das nochmal da, nee, da ist das immer, da oben nochmal verlinkt. Könnt ihr nochmal angucken. So fing das ganze Drama mit dem einzig wahren Toto eigentlich an. Denn dieser Account hier ist der einzig wahre Toto. Den habe ich wirklich plain begonnen. Den echten Thorsten oder den Thorsten Rathaus 12, der ist ja nicht von mir von der Pike auf begonnen worden. Den habe ich ja als Rathaus 4 übernommen, aber diesen hier habe ich ja wirklich Stück für Stück hochgezogen. Und ich habe es immer wieder gesehen, dass es Leute gibt, die auf Rathaus 9 gehen, die dann nichts haben. Der dunkle Pott ist nicht voll, können keine Lager bauen, aber erst mal Rathaus 9 sein. Das wollte ich natürlich ein bisschen vermeiden. Und deswegen habe ich aber gedacht, heute wird es endlich mal Zeit, mit dem hier auch ein bisschen höher zu gehen. So ganz voll habe ich die Pötte jetzt nicht. Und ich habe auch nichts mehr so richtig in der Clanburg. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ich habe noch ein bisschen was im Pass. Und ich muss auch noch ziemlich viel Pass spielen, muss ich dazu sagen. Was ich aber erst mal, glaube ich, mache, ich muss jetzt, glaube ich, erst mal ein bisschen Platz schaffen in der Base. Okay, damit habe ich jetzt erst mal so ein bisschen Platz geschaffen. Also ein paar Sachen eingesammelt. Ein paar Sachen stören mich hier an der Base, muss ich sagen. Die Dinger hier und ich habe jetzt auch nicht die Geschenke hier abgeräumt, damit die neue Base hier dann auch reinpasst. Denn da hätte ich jetzt nichts für gekriegt. Mein Elex-Pot ist ja voll. Also, lange Rede, kurzer Sinn oder kurze Rede, langer Sinn. Wir wollen das Townhall hier verbessern. Kostet 3 Millionen. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich viel. Dauert 4 Tage. Aber ich habe natürlich Bücher, Bücher, Bücher ohne Ende. Und wir finischen das mal für ein Buch hier. Jawohl. Und damit ist auch der Real Toto hier, Rathaus 9. Freue ich mich natürlich, dass ich das bin. Hier geht jetzt auch schon, ah, hier geht jetzt schon ein kleines, kleines Stück mehr rein. Aber natürlich immer noch nicht so super viel. Und hier hat das jetzt gerade mal geändert. In der 4U-Register-Card, dem englischen Client, ist jetzt Explore Townhall 9. Also hier kann ich jetzt, das ist alles ein bisschen verschoben hier im Emulator. Das sieht auf dem Tablet und auf dem Handy alles ein bisschen besser aus. Aber hier hat sich natürlich nichts verändert. Hier geht es erst in 18 Stunden los. Also wenn ihr die Folge seht, laufen die Events hier schon. Und ich kann auch noch mal 8 mal angreifen. Also für 150 Gems, ein paar Gems. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen was ausgeben. Aber ihr habt ja gesehen, Queen freischalten. Ja, wir holen die Queen aus dem Shop. So sage ich das immer. Viele fragen dann, äh, Toto, wieso Queen aus dem Shop? Ja, weil sie kommt jetzt aus dem Shop. Sie hat keine Bauzeit. Das heißt also, wir können sie sofort raushauen. Da ich knappe 80.000 habe, naja, 70.000, nehmen wir uns die Queen hier einmal und platzieren sie hier. Damit haben wir eine offensive Einheit mehr. Das ist echt nice. Die Queen kann auch auf Level 1 schon ein bisschen helfen. Und damit die Base aber jetzt auch komplett wird, würde ich sagen, mal sehen, ob wir die Defenses hier alle rausbekommen. Als erstes natürlich die Mauern, damit ich mir auch eine recht große Base bauen kann. Wo können wir die Bauern hier hinsetzen? Das ist ja immer ein leidiges Thema bei mir in den Folgen. Wo können wir die Mauern hier setzen? Dann nehmen wir die mal, nehmen wir die mal so. Und dann machen wir das hier mal im Minecraft-Style. Wir bauen die Mauern hier ganz, ganz schnell. Ah, okay, das war es schon. Alles okay. Dann haben wir die hier schon mal platziert. Und mal sehen, was jetzt überhaupt noch so mit Gold geht. Ich habe ja jetzt nicht mehr so viel Gold, aber ich habe noch ein bisschen was im Pass. Okay, Ressourcen. Vier Stück. Alter Falter. Vier Stück. Vier Ressourcen. Das ist einmal ein Sammler. Und nochmal ein Sammler. Ich bin ja jetzt auch schon länger nicht mehr auf... Ach nee, das ist ein Lager. Okay, ich bin jetzt schon länger nicht mehr auf Rathaus 9 gegangen. Und noch ein Sammler und noch ein Lager. Ein Goldlager wird das dann noch sein. Ressourcen. Da ist das Goldlager. Passt genau daneben. Wunderbar. Und die anderen beiden Sachen sind schon fertig. Ah, läuft hier bei mir. Ich will natürlich möglichst schnell Rathaus 9. Base vor allen Dingen auch haben. Sieben Defenses. Traps. Die hauen wir uns ja auch erstmal hin. Denn die können wir so, glaube ich, raushauen aus dem Shop. Eine Million haben wir noch. Was haben wir hier noch an? Traps. Ah, wir haben eine Bombe. Und wir haben... Jetzt die Defenses. Oh, die dauern natürlich ein bisschen. Drei Stunden, drei Stunden, eine Minute, acht Stunden, drei Stunden. Und ich sehe schon, da kommen wir nicht ganz mit hin. Da kommen wir nicht ganz mit hin mit unserem Ersparten. Das hätten wir dann doch vielleicht besser machen sollen, um etwas mehr noch zu sparen. Drei Stunden. Die Wartezeit werden wir aber auch so ein bisschen überbrücken, glaube ich. Das eine oder andere. Alter ist das warm. Ja, deswegen habe ich auch die Mütze auf. Die soll so ein bisschen den Schweiß abhalten hier. Mal sehen. Zwei Bobs haben wir noch. Denn ich habe natürlich was ganz anderes vor eigentlich zu bauen. Ei, die X-Bogen. Oh, die X-Bogen. Die kann ich noch. Da müssen wir hart für farm für die X-Bogen. Für den müssen wir nicht hart farm. Und haben wir jetzt noch einen Bob frei. Ja, wir haben noch einen Bauarbeiter frei. Für eine Defense. Und... Oh, ich habe aber kein Gold mehr. Okay, ich habe kein Gold mehr dafür. Das ist natürlich nicht so gut. Dann würde ich sagen, was macht man als erstes? Ja, das ist auch immer eine spannende Frage. Was macht man als erstes? Also ich mache tatsächlich in diesen... In denen hier mache ich mir erstmal eine neue Base. Ich mache mir erstmal eine neue Base. Mal gucken. Der Chefkoch hier hat eigentlich immer eine ganz gute Base. Mal sehen, ob wir die schon kopieren können. Chefkoch, wo bist du? Chefkoch, da ist der Chefkoch. Visit. Die können wir jetzt kopieren. Dank dieser tollen Kopierfunktion. Copy Layout. Und angeblich kann ich es auch kopieren. Ja, wir nehmen mal das jetzt endlich weg hier. Wenn ich etwas noch nicht habe. Denn hier fehlen in dieser Base noch die X-Bögen. Die sind eigentlich da, wo hier die freien Flächen sind. Das heißt, wir nehmen den Bombenturm mal ein bisschen nach da. Und die King-Platte nach da. Noch einen nach da. Na, dann haben wir da wieder ein Loch. Okay. Das Loch können wir aber mit irgendetwas füllen. Warte mal. Lass mal gerade gucken. Da ist noch ein Hidden Tesla. Die anderen Sachen bauen auch. Ich muss das Loch eben mal füllen, Leute. Denn wenn ich angegriffen werde, jetzt habe ich da natürlich ein Loch. Aber das kann ich, glaube ich, auch irgendwie mit irgendwas zumachen. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich sagen. Dass ich hier Löcher in der Base habe, weil ich noch nicht alles gebaut habe. Dann machen wir es mal so. So, okay. Machen wir mal ein Scout-View. Loch, Loch. Ah, immer noch so viele Löcher da. Okay, einmal das hier, Scout-View. Da haben wir noch ein Loch. Warum geht da nichts rein? Machen wir mal ein Cancel. Ah, nein. Ach, was mache ich denn? So, alle Löcher beseitigt. Man muss nur wissen, wie es geht. Man muss einfach nur wissen, wie es geht. Alle Löcher, glaube ich, jetzt beseitigt. Die Chefkoch-Base ist noch ein kleines Stück anders. Ich habe jetzt die Kaserne erstmal dahin gesetzt, dass die Löcher hier zu sind. Und die safen wir mal ab. Und die nehmen wir auch. Set as active. Dann wuseln hier meine Truppen jetzt rum. Und wir haben jetzt zwei Bauarbeiter frei. Okay, zwei Bauarbeiter frei. Ich habe aber auch alle Zeit der Welt vor allen Dingen. Aber, was ich mir in jedem Fall immer als erstes oder sehr, sehr früh hoch mache, sind die Armeelager. Die brauchen nur noch zwei Tage. Wir nehmen die beiden gegenüberliegenden hier. Die kosten nicht mal viel Gems. Ich habe noch ein Unibuch. Also hier geht noch einiges. Was ich hier noch upgraden kann. Aber jetzt haben wir auch nur noch 1,44 Millionen. Und was haben wir hier? Im Shop haben wir jetzt nichts mehr. Ah doch, im Shop haben wir noch drei Defenses. 500.000, 200.000. Ja, kommt Leute, wir machen uns mal auf die Reise mit unserer neuen Queen. Dass uns das auch gelingt. Und wir sind jetzt in Rathaus 9. Hurra, jetzt muss ich jetzt hier auch gleich Rathaus 9er only. Mal sehen, wie wir hier reingehen. Okay, so schwache 10er und 9er mit ein bisschen dunklen. Ja, mit ein bisschen dunklen ist gut. Ich möchte die Queen natürlich möglichst früh auf Level 5 haben. Ah, ich wollte es gerade sagen. Ich finde heute keinen Gegner. Also hat jetzt echt ein bisschen gedauert. Und dann machen wir das mal hier hinten. Fangen wir mal an. Also wir haben jetzt eine Queen. Wir haben hier eine ausgeschossene Base. Ich denke mal, die packen wir irgendwie. Muss man mal sehen, was habe ich in der Clan Book. Ah, geile Scheiße. Bowler. Okay, die Bowler nehmen wir auch mit. Ah, da kommt schon mal so ein ganz gefährlicher Troll-Tesla. Ich habe ja noch das Event zu spielen mit den Party-Magiern. Mit den Party-Magiern muss man übrigens echt aufpassen. Denn die überholen alles. Die überholen alles, wenn man die direkt hinter Riesen zum Beispiel setzt. Das ist natürlich nicht so gut. So, einmal King hinterher und das erste Mal meine Queen hinterher. Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass ich das jetzt auch endlich mit dem Thorsten hier oder mit dem Toto machen konnte. Denn es ist, ja, irgendwo nötigt ein Supercell natürlich immer gerne, dass man hier immer ein bisschen weiter macht. Deine Lager werden immer voller und du kannst nichts mehr bauen. Das ist sehr, sehr leidig. Irgendwann mal und irgendwann kriegst du dann halt so einen, ich will nicht sagen so einen Ausraster, aber irgendwann, ja, da gehst du einfach durch. Da sagst du dir, komm, da musst du jetzt ran und musst hier einfach was machen. Hier nehmen wir nochmal unsere Queen mit in Wut. Okay, Level 1 Queen. Ah, sehr, sehr cool. Freut mich wirklich, dass der Account hier jetzt auch ein bisschen höher geht. Jetzt habe ich noch ein paar Larkis. Allerdings können wir die noch nicht wirklich setzen. Hier ist noch überall Luftabwehr. Dann nehmen wir mal da den Bogenschützenturm raus. Der ist ja alles nicht so schwer. Aber wir haben schon mal wieder ein bisschen reingelootet. Wie gesagt, Queen. Ziel ist jetzt erstmal, die auf 5 zu ziehen, dass die ihre erste Fähigkeit bekommt. Dauert auch nicht lange, denn man muss da nur das Dunkle für haben. Aber ich habe A, noch den Pass hier zu spielen und B, habe ich mir die Clanspiele auch noch nicht abgeholt. Also, ihr hört schon, Folge wird etwas länger. Und mal sehen, wie weit wir in dieser Folge hier kommen mit unserem ganz, ganz frischen Rathaus 9. Also, die Road hier ist jetzt auch vorbei gewesen. Es war aber jetzt auch wirklich über. Da habe ich die Tage schon mal drüber nachgedacht. Da habe ich gedacht, wie verkaufst du den Leuten das? Du kannst ja jetzt nicht einfach so hidden auf Rathaus 9 gehen. Was haben wir noch vergessen? Ach, da hinten das Lager. Okay. Du kannst jetzt nicht so einfach hidden auf Rathaus 9 gehen, sondern soll ja schon ein bisschen was Ordentliches sein. Und ihr wisst, ich bin mit diesem Account hier auch nicht gerusht. Das heißt, ich habe alles fertig. Ich kann also alles ganz fröhlich weiterbauen. Und ich habe auch wieder einen 8er am Start. Also, der 2 Socken ist gut dabei. Kann ich euch sagen. Also, Rathaus 8 Content geht mir auch nicht aus an der Stelle. Und den haben wir aber schon mal ganz gut gemacht. Und wir im Moment, denke ich immer, also ich denke im Moment nur ans Event, um das hier fertig zu machen. Jetzt haben wir keinen Bob. Die Clanburg soll sicherlich hoch. 4 Mille kostet die allerdings. Boah, das ist auch noch ganz schön viel. Ich mache mal kurz einen Cut. Dann können wir, lassen wir eben mal einen King recken. Und ich hole mir mal ein paar neue Truppen. Ah, die Queen muss auch recken. Alles klar. Dann bis gleich. Okay, wir sind wieder ready und könnten auch weiterziehen. Allerdings habe ich noch eine kurze Information für euch. Der Clan Deutschland Ad öffnet morgen schon seine Pforten. Das heißt also, wenn ihr die Folge seht, ist er vermutlich schon auf. Das ist der Clan, den ihr hier nicht seht. Wo seht ihr denn den Clan hier? Oh, habe ich gar nicht. Ich herausfordere Deutschland Ad. Lass mal gerade gucken. Clans. Bookmarks. Oh, habe ich hier gar nicht drin. Muss ich mal eben suchen. Wo der Clan ist. Clan Search Deutschland Ad. Da gibt es glaube ich nicht so viele. Ja, hier. Der ist noch geschlossen. Den mache ich dann auf. Also der wird dann jetzt auf sein. Für die Liga. Wir wollen hier wieder Liga spielen. Rathaus 8, 9, 10. Vielleicht ein bisschen höher. Ich meine, wir spielen Gold 2. Da müssten wir es eigentlich mit 10ern und 9ern und 8ern irgendwie mal wieder über die Bühne kriegen. Aber vielleicht kriegen wir ja mal 30 zusammen. Mal sehen. Nur so als Nebeninformation. Aber ich habe gesehen, ich kann das Ganze hier forcieren. Und ich habe auch eben einen Rathaus 9er angenommen. Ich muss sagen, der Clan Herausforderer, das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Oder überkandidel, keine Ahnung. Nimmt nicht alles auf, was da so kommt. Nur weil es der Community-Clan von Toto Clashed ist oder so. Das heißt nicht, dass hier so alle Accounts reinkommen. Denn ich habe jetzt eben auch einen Account reingelassen. Rathaus 9, 37 CK-Sterne. Level 6 Queen, Level 7 King. Und Truppen und so sehen genauso aus. Ja, wie gesagt, das soll jetzt nicht überkandidelt bewertet werden oder so. Aber ich nehme solche Accounts ja auch ungern auf. Der Account wird auch wieder gehen. Er kann jetzt erstmal bleiben, damit er wenigstens einen Clan hat. Witzig ist, dass der seine Geschenke alle am Rand hat. Auch nicht schlecht. Und das einfach auch so ein bisschen als Randinformation. Dass wir hier nicht immer alles nehmen, was so kommt. Und alles aufnehmen. Und der Toto Clash-Bonus zählt sowieso nicht. Also wenn hier jemand reinkommt und sagt, ich bin hier der größte Fan. Und du blöde, du komischer Mensch, lässt mich hier nicht rein. Ich komme doch aus deiner Community. Da habe ich doch das Recht. Nee, hat man nicht. Das ist ein normaler Clan hier. Aber was ich hier habe, ich habe hier ein alter Arschade. Die Bombe da hat ein bisschen viel zerfetzt. Und das ist ein ganz normaler Clan hier. Und wenn ich euch da nicht aufnehme, dann könnt ihr mir ein D-Abo reinhauen oder so. Ist mir egal. Nur weil ich jetzt euch nicht aufnehme und ihr mich immer guckt oder suchtet oder was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Das auch nur mal so mal wieder als Randinformation. Da können wir das schon mal da setzen. Haben wir hier noch irgendwie so ein Bauhütchen an der Seite. Nee, das war jetzt auch ein Neuner. Aber ich meine, ich bin hier jetzt auch nicht viel besser als ein Rathaus Neuner. Aber meine Queen rasiert schon ganz gut. Die rasiert hier schon. Da seht ihr das. Ist noch voll im Hield. Die hat halt gute Tanks vor sich gehabt. Nämlich die Packies. Und jetzt kriegt sie natürlich Schaden. Aber die ist auch so, so wie sie rasiert, so kassiert sie auch. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Wo haben wir denn hier noch was offen? Da haben wir noch Päcker und der Dicke ist da noch dabei. Okay. Ah, den Bogenschützenturm macht natürlich jetzt niemand. Das heißt, da müssen jetzt meine vier, meine vier, ähm, na komm Lucky. Ah, schade, nicht ganz geschafft. Okay, ein Level mehr und dann schaffen die Lucky's das. Aber meine Packies machen das hier. Die müssen hier unten dann noch in die Ecke haben, aber noch zwei Defense-Gebäude zu machen. Ja, wir lassen das mal auslaufen. Wir lassen das mal auslaufen. Ähm, ich brauche auch ein bisschen die Sterne. Ich habe einen Beobachter auch nicht schlecht. Wer beobachtet denn den, den echten Toto hier? Naja, mal gucken. Ah, Leute, es ist so warm. Deswegen habe ich mir auch heute echt mal eine Mütze aufgesetzt. Denn das hält mir so ein bisschen den, den Schweiß weg. Dann kann, dann kann der ruhig laufen. Denn, äh, es, es sah gerade nach dem Gewitter aus. Es hat die ganze Zeit gerade gedonnert. Aber, äh, so, äh, kein Tropfen Regen, ne? Naja, mal gucken. Wird es die nächsten Tage sicherlich geben. Dann kriegen wir auch mal wieder eine Abkühlung. Ab nächste Woche soll es ja dann doch schon mal wieder normale Temperaturen geben. Um die 20 Grad. Das ist ja mal was. Äh, aber es ist, glaube ich, jetzt auch schon die dritte Hitzewelle oder leichte Hitzeperiode. Ah, Leute, da schießt eine Kanone auf euch. Was macht ihr? Habe ich hier noch irgendwas anderes vergessen? Na, ne. Das werden drei Sterne. Oh, zehn Sekunden. Schaffen die nicht. Sind zu langsam. Ja, dann müssen die mir auch ein bisschen mehr Pferde nehmen und Pferde machen. Dann, 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 dann gehen die. Und auch so immer über Eck. Komm, Einschlag noch. Jawohl. Auf, auf null Sekunden. Auch nicht schlecht. So, ich habe hier jetzt ein bisschen geboostet. Ich habe ein bisschen geboostet. Folge wird ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ähm, ich habe nämlich keinen Bauarbeiter frei. Aber ich habe gesehen, dass wir in, ja, im Shop noch ein bisschen was kriegen. Das heißt also, von den Clanspielen, wir können, glaube ich, drei Pullen hier erstmal verbrauchen. Wir haben, nehmen wir drei Pullen hier. Ähm, die Tage hat jemand geschrieben. Thorsten, nehmen wir Bauarbeiterbücher. Jo, nehme ich mal. In der Tat. Mann. Habe ich ein bisschen verkannt, dass ich die ja auch noch habe. Aber ich habe jetzt auch noch, naja, das sieht ganz gut aus. Mauerringe. Die eine Elex-Rune hier im, in dem Dorf hier. Die könnten wir eigentlich nehmen, damit die, ah, nur 500.000. 500.000. Ich glaube, das machen wir anders. Ich glaube, das machen wir anders, dass wir die Elex-Rune da haben. Oder konnten wir in der Reihe was Besseres nehmen, als die Elex-Rune 5 Mauerringe oder 2,1 Mille Gold. Ist auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht schlecht. Hilft auf jeden Fall für die Clan-Burg. Da haben wir Dunkeles, da haben wir und ein Heldenbuch habe ich da noch. Eieiei, wir müssen hier irgendwo einen Bauarbeiter freikriegen, dass ich die Queen ein Level machen kann. Denn ich habe noch ein Heldenbuch. Air Defense, 2 Stunden, 2 Stunden, 2 Stunden. Ah, das geht ja recht fix. Das geht ja recht fix. Dann hauen wir uns die eben mal hoch. Dann haben wir einen Bauarbeiter frei für die Queen. Die ist jetzt allerdings im Boost. Ah, egal. Okay. Wir nehmen die mal. Wir nehmen das Buch. Dann habe ich die. Und, ähm, wisst ihr was? Für 5 Gems. Dann ist die noch im Boost. Ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, dann kann ich mir hier den Shop abholen. Und, äh, wie machen wir das jetzt hier im Shop? Da, 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 da. Ja, das sieht gut aus. Heldenbuch. Dreimal das, das Dunkle. Das Gold. Ich nehme hier die Schippe. Ich nehme den. Und hier aus der Riege nehmen wir mal die Gems mit. Würde ich sagen. Wir nehmen mal die Gems mit. Dann haben wir uns, immerhin habe ich mir dann schon mal mit einem etwas abgeholt hier. Ich hoffe, es war recht sinnvoll. Wir gucken mal gerade nach. Ähm, oh ja, da können wir uns die Lager richtig mit befüllen. Aber wir wollen natürlich ein bisschen, ein wenig angreifen. Ach so. Der war wieder überflüssig dort. Ein Quick Train hinterher. Und, ähm, damit das natürlich ein bisschen noch... Oh, hier haben wir richtig was reingefeiert. Alter, ihr seht, ich habe echt wenig im Passkrieg gespielt. Ich bin mal gespannt, ob ich das in drei Tagen 16 noch schaffe. Aber eigentlich müsste es möglich sein. Ich kriege natürlich leider die 240 hier nicht mehr zusammen. In drei Tagen, das ist ein bisschen schade. Müssen wir eben einmal im Nachthof ein paar Sternchen holen, dass wir auch den Erfolg kriegen. Und, ähm, mal sehen. Ich werde hier jetzt mit dem Account hier mal so richtig ackern, würde ich sagen. Bombe, Bombe. Ja, ist klar. Ist klar, Kollege, hast du da auch noch eine? Ja, da hast du... Ah, okay, da haben wir mit einem, haben wir das jetzt gerade erledigt. Aber der hat, der hat auch schon den Multimerser. Der muss da jetzt mal ein bisschen fixer weg, dass der nicht mehr schießt. Aber ist auch ein Lodorf hier. Da ist noch eine Bombe. Wir brauchen nur den einen Stern, Leute. Und, äh, Barbaren, wir brauchen nur den einen. 44. Die Hütte fällt natürlich wie immer nicht. Naja, okay. Der auch nicht tolle Wurst. Ah, ärgerlich. Nachtdorf, ey. Und auch noch verloren. Naja, verlieren wir es hier nicht so schlimm. Okay, dann machen wir im anderen weiter, würde ich sagen, oder? Ja, wir machen hier in dem weiter. Wir machen in jedem Fall in diesem hier weiter. Und, äh, alter. Erster One. One-Hit hier. 400.000 von beiden. Das nehmen wir mit. Der hat jetzt nicht so super viel Dunkles, aber das macht nichts. Ähm, dafür hat er den ganzen anderen Rest. Okay. Dafür hat er den ganzen anderen Rest. Und ich habe dafür schon eine Queen. So, die lasse ich jetzt mal ganz hier hinten starten. Wie gesagt, die überholen eigentlich immer alles. Und meine Mauerbrecher, die gehen hier jetzt mal bitte mit Wut durch. So, da gehen die dann hoffentlich ein bisschen weiter. King raus, Queen raus. Ich habe, äh, ach, oh, oh, die hätte ich anders setzen sollen. Ah, ja, okay. Die hätte ich anders setzen sollen. Äh, die Hawks hier. Ah, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Okay, jetzt muss ich meine Heilzauber sinnvoll hier für die Hawk Rider, denke ich, mal einsetzen. Mal sehen, ob sich das lohnt. Und wenn jetzt natürlich zu viele Hawk Rider gleich wegsterben, dann lohnt sich das nicht. Da ist nochmal der Doppelturm, beziehungsweise der Bomben-Turm. Und, ähm, einmal, zweimal. Da haben wir wieder das, da haben wir wieder das Problem mit dem Magier-Turm, äh, mit dem Bogenschützenturm. Aber diesmal haben wir es geregelt. Okay, also die Hawks, das waren jetzt Max-Hawks, glaube ich. Die haben sie gerissen. Fünf Stück hatte ich nur dabei. Meine Klammung muss in jedem Fall hochgehen. Die vier Millet schaffe ich heute auch noch. Und den Bauarbeiter kriege ich sicherlich auch noch frei. Okay, also irgendwo geht das ein bisschen weiter. Die Folge, ich sehe es gerade, ist jetzt auch schon ganz schön lang geworden. Mann, Mann, Mann. Die ist jetzt auch schon wirklich ein bisschen länger geworden. Ähm, ich hoffe, das stört euch nicht wirklich. Ja, da haben wir das so gemacht. Und dann trainen wir die nochmal nach. Wie viel, also jetzt habe ich wieder zwei Giften, ne? Ah, ne. Ah, ne, jetzt habe ich, habe ich ein Gif genommen. Habe ich es eben nicht gesehen, ob ich ein Gif genommen habe. Aber ich habe hier jetzt schon mal da wieder was gemacht. 850 Kanonen zerstört. Also mal sehen. Im Pass geht natürlich auch noch ein bisschen was hier. 1200, also. Ich bin mit dem ganz gut dabei. Ich habe wieder ein bisschen was mit dem zu tun. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen dicken Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von dem Account sehen wollt, hinterlasst das einfach in die Kommentare. Ja, ihr wollt mehr Toto? Kein Thema. Mache ich sicherlich. Ich bleibe hier jetzt mal ein bisschen am Ball. Mal sehen, ob ich den einen oder anderen noch ein bisschen überholen kann. Ich sehe jetzt gerade so ein bisschen so die Mauern. Kann ich noch mal ein bisschen verändern. Das stört mich ein bisschen, dass da jetzt die anderen, die die Lowmore mit dazwischen sind. Und da gebe ich einfach ein bisschen Gas. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Euer Toto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.